Das hier geschlossen, hä? Sieh das wie ein Shop? Ja, das ist ein Shop. Ich glaube, ich bin jetzt gefühlt... Ich glaube, das ist gar keine Insel. Ah. Ähm, ich weiß nicht, was soll ich hier... Ich hab die Tür aufgemacht und hier steht geschlossen. Ich geh einfach mal rein. Was sind das hier? Ja, der hat hier Obst und Gemüse. Äh, Tränke. Äh, okay, da hat er wirklich was verschissen. Ähm, was ist das hier? Sieht aus wie ein Zaubertrank oder so. Werfbarer Trank. Vergiftung, Schwäche, Langsamkeit. Zurückverwandlung. Denn damit... Ich glaube... Ähm... Vielleicht, äh, hielt das, ähm... Hielt das ja mich oder so. Keine Ahnung. Hier sind Muscheln und, äh... Dings. Weiß ich gerade nicht. Ähm... Was hat... Was hat der denn hier? Meine geklauten Sachen. Oh. My. God. Goldnagets. Diamanten. Was? Smaragde? Alles klar. Eisenbarren. Was hat der denn hier? Was ist denn das hier für eine Bruchbude eigentlich auch? Hä? What? Was ist das hier eigentlich? Das ist zwar ein Shop, aber... Warum hat der so viel? Der hat es geklaut. Das steht ja auch. Okay, ich... Hä? Was? Äh... Okay... Ist die Tür gerade... Au... 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 Der schlägt mich. Gehen Sie weg. Gehen Sie... Ich habe ihn getötet. Ich gehe... Wo soll ich jetzt hin? Warte. Was soll ich noch mitnehmen? Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ich glaube, ich nehme mal... Das hier mit. Weil das ist am... Das ist am wertvollsten. Also er ist auf jeden Fall jetzt tot. Okay, ich glaube, ich... Ich werde das erst mal... Äh... Hoffen, dass der Typ nicht wiederkommt. Oder irgendeiner von seinen Kumpanen, weil der hat... So aggressiv da war. Und ich hoffe, dass er... Dass er jetzt tot ist. Okay. Ah! 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 Au! Ah! 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 Ah, was ist das hier? Dass dein Ziel erreicht, begib dich zum Ende der Höhle. Hä? Mein Ziel... Ah! Ich habe Hunger. Ah! Ah, der stürzt gerade. Äh! Zum Ende der Höhle. Was befindet sich denn? Okay, du hast... Ich habe mein Ziel erreicht. Ich glaube, oder langsam mal Zeit. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Hoffentlich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020